Das ist echt so demütig für die Gegner manchmal. Wenn man so ein Magier Level 3 hat, dann ist das echt süß. Yo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Runde Let's Black Clash Royale und heute kommt endlich die lang versprochene Community Battle Folge. Ich hatte das Ganze ja schon vor relativ langer Zeit angesprochen, dass ich mal wieder so eine Folge machen möchte, wo ich halt gegen Leute aus der Community spiele. Das Ganze hatte ich aber immer sehr selten nur ergeben oder tatsächlich, ja, das hatte ich eigentlich fast nie ergeben, weil immer sehr wenige Leute online waren. Jetzt sind gerade acht Leute online. Ich habe nachgefragt hier oben irgendwo, es ist schon so weit durchgerutscht, weil die Leute alles richtig gefeiert haben. Hättet ihr Bock eine Folge auf die Community Folge und der Chat ist eigentlich so eskaliert? Die Leute haben mich richtig gefreut. Das macht mich so glücklich. Und dann dachte ich, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ist jetzt egal, dass ich jetzt hier vorproduziere, aber es ist jetzt der Moment gerade, wo die Leute online sind. Wir haben nicht bei mir gerade erst Mittwoch, das Video kommt im Endeffekt, bei Freitag erst, aber das ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich werde jetzt schreiben, dass die Leute Anfragen senden können. Und dann werde ich die oberste einfach annehmen. Ich kann nicht auch selber eine Anfrage starten. Komm, ich mache selber eine Anfrage. Warte, schreib kurz. So, ich mache... Da machen wir immer Leute ganz kurz hier Ausrufezeichen. Ich. Weil ich hatte nämlich gerade geschrieben, dass die anderen Leute Anfragen machen sollen. Und das war... Jetzt habe ich mich aber doch dazu entschieden, dass ich die Anfragen mache. Okay. Wir machen hier einfach mal... Ja, wir machen einfach mal... Komm, wir machen einfach mal hier wieder die Königliche Arena und fragen ein Testspiel an. So, äh... Ja, bin ich gespannt, wenn wir jetzt annehmen. Hat es eine Weile gedauert. Erstes Testspiel ist auf jeden Fall am Start. Jetzt zack, erstmal schön in den Daumen nach oben und viel Glück senden. Ja, und danke natürlich, dass du mir auch viel Glück gesendet hast. Er freut sich auch und wir starten ins erste Testspiel. Es könnte ja jetzt passieren, dass ich hier nur gegen relativ... Ich will euch jetzt nicht runter machen damit, aber dass ich halt nur gegen so relativ schlechte Spiele... Ähm, okay. Das war schon mal ein riskanter Move, der leider nicht funktioniert hatte, aber war nicht schlecht ausgedacht. Das schreibe ich mir jetzt auch mal so. Ähm, es kann ja nicht passieren, dass ich gegen wirklich nicht runter gemacht rüber nehme oder so, dass ich euch mit, keine Ahnung, schlecht machen möchte, aber... Es kann ja wirklich passieren, dass ich nicht gegen nicht ganz so gute Spiele in der Folge und dann gewinne ich immer nur. Aber das soll ja auch nicht so sein. Also ich meine, das ist ja nicht so Sinn. Sinn ist einfach, dass ich gegen euch Spiele und ihr das gut finden. Keine Ahnung, ihr wisst, wie ich es meine. Und deswegen mache ich das Ganze. Also es ist jetzt auch egal, wenn ich in der Folge jetzt alles gewinne. Aber egal. Wir schauen einfach mal heute... Wir schauen einfach mal, es kann ja alles passieren. Denn mich kann ja jeder trotzdem noch platt machen, egal wie schlecht der ist. Äh, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut Schaden gemacht. Habe selber jetzt gerade noch ein bisschen was kassiert. Ach, das war ja durch die Pfeile, stimmt. Okay, sehr schön. Haben jetzt beide Tower echt stark angekratzt. Und, äh, ja, ein Zuschauer ist auf jeden Fall auch am Start, was mich natürlich freut. Ist schon traurig. Ja, komm, hier. Viel Glück, nicht aufgeben. Ähm. Ja gut, der schreibt Danke. Viel Glück schreibt der mir auch noch. Schreibt auch Danke. Und es sind auch schon zwei Zuschauer am Start. Konfetti ist auch schon dabei. Wunderbar. Fette hier, fette Clan-Party gerade so am Start. Äh, ja, soll ich das Wort die ganze Zeit am Start sagen. Na ja, gut. Okay, macht einen Mini-Pekka. Er versucht hier gerade neue Push. Das finde ich echt... So was... Ich will jetzt nicht so, das nur sagen, aus irgendwie Langeweile. Knarrung, um... Mit er sich irgendwie nicht so schlecht fühlt. Irgendwas. Ihr wisst auf jeden Fall... Äh, wie ich es meine, auf jeden Fall. Äh, er spielt wirklich nicht schlecht, weil er immer wieder neue Kombinationen, äh, ausprobiert. Und wenn man halt so weiß, der Gegner hat irgendwie ein stärkeres Deck gerade, der macht mich gerade platt, dann muss man einfach neue Kombinationen ausprobieren. Oder wenn man weiß, er kontert, kann mich immer kontern. Dann muss man halt neue Kombinationen machen. Das macht er gerade. Hat er richtig gut gemacht. Da Mini-Pekka, da Kain, da mal Hogwire, da Pfeile und so. Äh, das war auf jeden Fall echt nicht schlecht gemacht. Muss man ihm wirklich sagen. Äh, so, haben wir nochmal nicht schlecht hier ein gutes Spiel gesendet. Habe mich gerade schon ein bisschen versprochen, der Folge. Normalerweise würde ich neu aufnehmen. Aber leider sind wir hier gerade. Äh, sind... Oh, neun Leute. Äh, leider... Okay, logische Apfel-Session. Leider sind wir hier gerade in so einer Aufnahme, die ich jetzt nicht neu starten kann. So, ich habe viel Glück. Wir schreiben euch, danke, schreiben dir auch mal viel Glück so. Äh, wir müssen jetzt hoffen, dass, ähm, nicht irgendwelche gleichen Leute annehmen, dass halt... Ach du Scheiße, vier Zuschauer. Oh mein Gott, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt hoffen, dass jetzt nicht irgendwie Leute doppelt annehmen und dann zweimal in der Folge gegen mich spielen. Äh, sonst werde ich jetzt nämlich rausschnellen, weil es wollen ja auch andere Leute spielen. Und dann müsst ihr auch jedenfalls Verständnis haben. Ich werde das Ganze auch gleich nochmal in den Chat schreiben. Äh, dass am besten keiner mehr annimmt, der schon gegen mich gespielt hat. Weil, ganz ehrlich Leute, äh, da müsst ihr Verständnis für haben, denn ich will ja noch gegen andere spielen. Ich werde wahrscheinlich bald mal so machen, wenn ich sowas nochmal mache mit Testspielen im Clan, dass ich, ähm, äh, das Ganze vorher per Clan-Nachricht ankündigen werde. Weil dann werden auch, äh, nochmal vielleicht sogar noch mehr Leute online sein. Obwohl das gerade schon, neun Leute online schon mal, ähm, schlecht ist. Muss man einfach so sagen. Vor allem auch um die Uzi, wir haben jetzt gerade 18.30 Uhr. Das ist ja jetzt nicht so irgendwie abends, weil normalerweise sind ja abends immer die meisten online so. Aber gut, finde ich auf jeden Fall nice. Dann können wir jetzt hier eine schöne Testspiel-Folge aufnehmen. Immer auf vier Zuschauer. Das freut mich so. Das freut mich echt so. Äh, Towers Down, wunderbar. Weil Kürt auch nochmal einen mit. Sehr schön. Dann wird Pusht jetzt direkt hier drüben. Dann macht er zwei Elixir zusammen. Da hau ich jetzt mal einen Feuerball drauf. Komm, mach schnell tot, bevor da ein Elixir produziert. Wird sehr schön. Haben wir geschafft. Dann macht es noch einen Hawkwider-Push hier. Können wir verteilen. Jetzt hat er nur Level 5. Dann machen wir meine Barbaren halt platt. Obwohl. Ah, meine Barbaren sind ja nur Level 9. Ach, ist das lächerlich. Meine Barbaren sind ja hier nur Level 9. Das ist halt echt. Kann ich ein bisschen abfackt. Aber es muss natürlich zu fähren. Das muss das natürlich so sein. Aber eigentlich hab ich hier Level 11. Aber nein, sie sind hier Level 9. So. Äh, hier machen wir meinen Rien-Sled. Und machen wieder einen kleinen Push. Ich freu mich grad so. Irgendwie, dass immer noch vier Zuschauer starten. Mir auch mal Konfetti senden. Das ist so ne Unterstützung. So ne. Ist einfach krass. Ist einfach wirklich krass. Äh, na gut. Okay, weiter geht's, Leute. Hier Koboldfass. Lakaienhorde. Setze die Pfeile. Und jetzt müssen wir mal schauen hier. Die eine Elixir-Sklette entdeckt. Die können mich natürlich auch sehr schön nerven. Wir hätten vielleicht eher auf drei Sternen direkt gehen sollen. Aber egal jetzt. Die Bombe wurde natürlich nicht gefreeßt. Ich weiß noch nicht genau, was er machen wollte. Ich glaub, er wollte das Rien-Sender aufhalten oder so. Hat aber im Endeffekt, glaub ich, nicht geklappt. Oder hat die Bombe jetzt Schaden gemacht? Ja, die hat Schaden gemacht. Stimmt. Die hat Schaden gemacht. Okay. Kanone. Ja, ich würde wahrscheinlich sogar nur ein 1-0. Weil er schlägt sich echt nicht schlecht. Der verteidigt sich auch noch ganz gut. Der hat natürlich eigentlich gar keine Chance. Ihr seht, die Truppenlevel. Und den Truppenunterschied ist halt einfach krass. Und ich hab auch, äh, ja, 1200 Pokale im, äh, global halt insgesamt im Ranking hab ich halt 1200 Pokale mehr als er. Und das ist halt, ach, ist das demotivierend für ihn mit dem Freeze-Zauber. Äh, das ist natürlich dann krasser Unterschied, wenn man 1000 Pokale dann weniger hat. So ein Unterschied. Oder beziehungsweise sogar 1200. Naja gut, er verteidigt sie noch. Jetzt landet ein Tier auf meiner Hand. Danke auf jeden Fall dafür. So, wow. Feuerball auf jeden Fall nicht gut gesetzt. Zu spät gesetzt, wollte ich sagen. So, zack. Und er schlägt sich eiskalt mit einem 1-0. Wow. Nicht schlecht. Ich hab mich gerade eben schon immer gegen ihn gespielt. Da war es, glaub ich, ein 2-0 oder sogar ein 3-0. Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, wenn ich was Falsches sage. So, ich werde jetzt noch die nächste Anfrage starten. Schreibt noch vorher, Leute. So, ich würde sagen, wir starten jetzt hier auf jeden Fall mal die nächste Anfrage. Ich hab das Ganze mal geschrieben. Ich hoffe jetzt nicht, dass jemand doppelt annimmt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass nicht jemand doppelt annimmt. Und wir standen jetzt an, weil es sind gerade sehr viele Leute hier im Spiel gerade. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall nicht so nice. Aber wir haben jemanden angenommen. Der Vino. Okay, der ist auch, hab ich lange so gesagt, von ihm nichts mehr gehört. Weil er nie was in den Chat schreibt. Oder er war inaktiv. Weiß ich aber nicht. Kann ich das gar nicht genau sagen. Ich glaube, das ist einfach so ein ruhiger Clash Royale-Spieler, der nicht immer im Chat dabei ist. Aber machen wir in den Chat-Spiel gegen. Freut mich auf jeden Fall. Ach, viel Glück sollten wir nochmal schreiben. Wäre auf jeden Fall zum Vorurteil so. Wir sind ja ein fairer Sportsmann so. Er schreibt, wow, okay. Und danke. So, man hat mich schon ganz gut ausgeschaltet. Er hat 1400. Das ist natürlich wieder ein richtig krasser Unterschied. Komm, hier, zack, mal ausschalten. Das ist natürlich wieder ein richtig krasser Unterschied. Aber egal. Das ist ja wirklich nur zum Spaß eigentlich. Das ist ja eigentlich wirklich nur zum Spaß. So, hier nochmal die Feuergeister. Aber macht damit Pfeilen weg. Das müsste aber eigentlich jetzt hier nichts mehr haben. Okay, das ist jetzt die Kobolde. Können wir jetzt ein paar Hits haben die jetzt, glaube ich, gemacht. 1800 hat er noch. Aber zurzeit, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass der Kollege auf jeden Fall sogar schwerer noch wird als die anderen. Bin ich auf jeden Fall jetzt gespannt. Wir werden es ja gleich sehen. Ach so, sorry, wie gesagt, wenn meine Haare vielleicht ein bisschen, ja, keine Ahnung, komisch aussehen oder so. Weil wir hatten heute Sport in der Schule und so. Und das war halt, ja, war halt ein bisschen schweißtreibend, sagen wir es mal so. Naja, ist auch egal. Wollte ich nur ganz gut sagen, so. So, Riesen-Sklet. Und ich würde sagen, dahinter, okay, kleiner Leck. Wenn er einen Megapacker gesetzt hat, dahinter sitzt man wieder keinem oder so. Seinen Megapacker können wir damit dann beim Waren verteidigen. Sollte kein Problem sein. Ich denke mal, dass das letzte Freundesband-Ulwe machen dann noch eins. Ich schaue mal, wer da noch Lust hat und wo da noch halt Bedarf ist. Wenn jemand sagt, oder wenn halt Leute gerade noch da sind, die halt unbedingt spielen wollen, dann werde ich auf jeden Fall noch kurz noch eins dranhängen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann müssen wir halt schauen, wie halt Bedarf ist. Okay, jetzt ist jetzt ein Hock weiter. Das ist sogar gerade ein Nichtschlechter. Ja, ja, das macht er gut. Das macht er richtig gut. Äh, ja, geil. Jetzt habe ich da drüben nicht so verteidigt. Ich wusste gar nicht genau, wo ich verteidige. Jetzt habe ich jetzt für die Seite entschieden. War auch eigentlich ganz okay, aber man muss sagen, Leute, der Typ schlägt sich gut. Der Typ schlägt sich echt gut. Komm, wir schreiben dir das mal. Der hat 1.500 Pokal und spielt gegen mich mit 2.900 aktuell. Oder fast 3.000, habe ich sogar. Wieder. Und in meinem letzten Video haben Leute in den Kommentaren geschrieben. Oder hat einer auf jeden Fall, der Kevka war das glaube ich sogar. Ein bekannter Zuschauer bei mir. Langsam kenne ich ihn, weil er immer meine Kommentare, also immer bei mir kommentiert. Äh, solchen Namen merke ich mir, Leute. Immer Leute kommentieren, dann merke ich mir die halt einfach so. Okay, nicht schlecht. Ich habe mir in den Eindruck geschrieben, ob ich mein Deck nicht mehr ändern will oder so. Weil ich habe im letzten Video drei Niederlagen am Stück kassiert. Und da meinte er so, ja, willst du vielleicht mein Deck oder so ändern? Es scheint ja nicht so nice zu laufen oder so. Aber Leute, ich bleibe auf jeden Fall mit meinem Deck. Ihr wisst, ich gewinne damit auch sehr viel. Und ich habe mein Deck schon seit Arena 5 oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich könnte mir meine alten YouTube-Videos mir anschauen von Clash Royale. Dann würde ich vielleicht sehen, seit wann ich mein Deck schon habe. Keine Ahnung, jetzt habe ich gerade genau. Aber ich glaube schon echt seit Arena 5 oder so. Seitdem ich das Niederlage gezogen habe, habe ich das Deck geliebt und gefeiert. Und ich werde es auch ganz sicher nicht abschreiben. Oh, ja, leider nur ein 1-0. Natürlich ist das natürlich auch okay hier. Gutes Spiel, nicht schlecht auf jeden Fall an dich. Ich muss sagen, ohne die anderen jetzt irgendwie zu ärgern oder so. Aber der hat sich halt echt am besten geschlagen. Der war halt echt gerade echt sehr, sehr nice. So, warte, wir schreiben nochmal so. Eins mache ich noch. Eins hänge ich noch ganz schnell dran. Die ich schon gespielt habe. Am besten bitte nicht annehmen. Wenn jetzt jemand annehmen, gegen den ich schon gespielt habe, werde ich das Ganze raussteigen und keinen Angriff mehr machen. Ne, es ist der Andreas. Ich hoffe, dass das passt. Viel Glück an ihn. Ja, wieder 1000 Wunder Pokal. Genau wie gerade der Vino war das, glaube ich. Genau. Genau wie er gerade. Haben wir jetzt gerade ein schlechtes Startdeck eigentlich. Deswegen machen wir mal so einen komigen Push jetzt hier. Einfach mal das. Ja. Okay. Er hat nur Muskellevel 4. Das ist halt echt schon so. Oh, Magier 3. Das tut mir schon fast leid, man. Das tut mir schon fast leid. Weil ich glaube, ich werde den wirklich locker platt machen. Das ist halt echt. Das ist schon assi. Das ist schon echt. Das ist echt so demütig eigentlich für die Gegner manchmal. Wenn man so einen Magier Level 3 hat, dann ist das echt. Das ist echt süß. Na gut, wir haben auf jeden Fall jetzt gerade einen ganz guten Push am Start. Dahinter nochmal die Lakaien. Er setzt den Bomber. Das war gar nicht so scheiße von ihm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sonst was macht scheiße. Weil ich meine, das war auf jeden Fall gut von ihm. Man hört sich manchmal echt so an, als ob ich die Gegner hier gerade voll nieder mache. Nein, nein. So. Der Bomber explodiert. Wunderbar. Erster Tower. Gehen wir in Führung. Könnte ich einfach mal auf den 3-0 gehen, Leute. Dann ist die Folge von ihm ein bisschen früher vorbei. Obwohl das sogar vielleicht schwer wird. Bin ich gespannt. Wer weiß jetzt nicht genau, wie er spielt. Der hat das heute noch nicht so viel richtig gemacht. Okay, ein Riesendeck auf jeden Fall am Start. Er hat auf jeden Fall ein Riesendeck am Start. Wir wissen mal ganz... Na, das war ganz dumm. Warum habe ich den da hingesetzt? Bin ich blöd? Der Icecast war totaler Bullshit. Na gut, ist egal. Schalten wir jetzt mal aus hier. Na, das wird glaube ich kein 3-0. Weil dafür verteidigt er nicht ganz gut. So. Rieses Tod. Dann geht das jetzt auf jeden Fall in die Luft. Dann können wir wieder pushen. Soll ich jedenfalls wieder die Bahnen oder sowas machen? So ungewöhnliche Pushs sind ja manchmal gar nicht so schick. Vor allem ist er ein Magier gesetzt. Machen wir das Ganze jetzt mal hier. So. Ein kleiner, ungewöhnlicher Push für ihn. Mal gucken, wie er damit umgehen kann. Schafft das zu verteidigen. Ja, er setzt schon die Slate-Holle. Sieht schon ein bisschen überforderung aus. So, das war halt einfach geplant. Der wollte sich auch setzen und so weiter. Mir kann schon ein bisschen überfordert nach dem... Rettungs-Move oder so vor. Na gut, Leute. Ich sehe gerade, die Folge geht schon 13 Minuten. Also, ach. Das ist schon echt eine lange Folge, Leute. Aber die Leute, die jetzt gegen mich hier gespielt haben, in der Folge freuen sich dafür umso mehr. Deswegen ist das eigentlich kein Problem. Deswegen kann man das auch mal machen, Leute. Dann bringt es halt mal eine längere Folge. Ja, und? Wenn Leute nicht ganz gucken wollen, dann können sie ja früher abschalten. So muss man es ja eigentlich sehen. So muss man es ja eigentlich sehen, Leute. Übrigens, wenn ihr mehr Community-Battles so sehen wollt, wie ich gegen Community-Spiele, vielleicht auch mal gegen euch, dann lasst auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da. Damit ich das auf jeden Fall weiß, dann werde ich wahrscheinlich sowas auch mal öfter machen. Ja, wie gesagt, wenn ihr halt Bock habt. Nein, das war wieder richtig dumm. Zum Ende der Folge werde ich gerade ein bisschen unkonzentriert. Setzt die Barbaren vor die Feuergeister, was nämlich gar nicht klug ist. Jetzt den Magier. Okay, da haben wir ein bisschen Lucky den Tresensklett gesetzt. Sehr schön. Wir werden jetzt noch seinen Tower wegholen. Ich sehe es schon, Leute. Äh, okay. Vielleicht ja doch nicht, oder? Doch, doch, doch. Das schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Gut, Spiel auf jeden Fall. Wir hatten dich nicht schlecht. Und ich beende jetzt schon mal die Folge, Leute. Ich sehe, wir sind echt bei 40 Minuten. Das ist echt viel zu krass. Oh, der Feuerwehr hat, glaube ich, noch nicht mehr einen Tower oder so getroffen. Ist egal. Wir schaffen es eh nicht mehr. Wir schaffen es eh nicht mehr. Mein Hamster meint, er müsste jetzt am Hamsterrad laufen. Ist ja auch okay. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und wenn ihr den mehr davon sehen wollt, natürlich auch einen Daumen nach oben. Ja, ich würde sagen, das war es endgültig. Mach's gut. Servus und ciao.